Ich danke dem Schweizer Vorsitz der Alpenkonvention für diese Move the Alps-Konferenz und darf sie auch im Namen des österreichischen Ministeriums für Klimaschutz sehr herzlich willkommen heißen. Es ist wirklich eine große Freude für mich, Sie alle auf diesem Weg zu begrüßen. Die heutige Konferenz wird sich mit den Themen Radfernwege und Umweltauswirkungen des Tourismus sowie mit dem Transport von Fahrrädern auf Zügen, speziell im grenzüberschreitenden Verkehr, befassen. Ursprünglich war ja auch geplant, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Anreise zu dieser Veranstaltung mit unterschiedlichsten Verkehrsmitteln ebenso unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Manche haben sich vielleicht sogar schon überlegt, mit dem Fahrrad anzureisen. Diese Planungen wurden nun leider wegen der bekannten Einschränkungen hinfällig. Für uns alle ist wohl Mobilität eine zentrale Frage des Alltags und gerade die war im vergangenen Jahr einem großen Wandel unterworfen. Durch die Covid-19-Krise mussten oder besser durften wir lernen, dass es auch bei uns zu Hause oder in der nahen Umgebung wunderschöne Flecken Erde zu entdecken gibt. Das Fahrrad oder wie es in der Schweiz heißt das Velo eignet sich für solche Entdeckungsreisen besonders gut. Man kann sein Tempo selbst wählen, neue Wege erkunden, ist ungemein flexibel und bekommt so viel von der Umgebung mit. Man riecht dabei sogar den Wald, in dem man unterwegs ist oder die frisch gemähten Wiesen. Das Fahrrad als klimafreundliches und dazu noch gesundes Alltagsverkehrsmittel ermöglicht Entdeckungen, die der Seele und dem Klima in gleicher Weise gut tun. Es daher nicht nur positiv beim Pendeln am Arbeitsweg vermehrt auf das Fahrrad zu setzen, sondern auch in der Freizeit, am Wochenende und im Urlaub. Wie dies gehen kann und welche guten Beispiele und spannenden Lösungen es im Alpenraum bereits gibt, davon werden Sie in dieser Konferenz hören und, so hoffe ich, uns intensiv darüber austauschen. Österreich hat das nationale Radverkehrsbudget auf 40 Millionen Euro pro Jahr verzehnfacht und damit für die wirtschaftliche Krisenbewältigung auf den Ausbau der Radinfrastruktur als Konjunkturmotor gesetzt. Österreichs Radverkehrswirtschaft sichert direkt und indirekt mehr als 18.000 Arbeitsplätze, davon drei Viertel im Radtourismus. Ich freue mich, dass sich der Schweizer Vorsitz im Rahmen der Alpenkonvention dieser Form eines klimafreundlichen Tourismus besonders angenommen hat. Vielen Dank an Bundesrätin Simonetta Somaruga dafür. Gerade im Hinblick auf die Klimawandelanpassungen im Alpenraum und die Herausforderungen im Wintertourismus ist der Radtourismus eine nachhaltige Alternative in der Frühlings-, Sommer- und Herbstsaison und natürlich für ganz hartgesonderte auch im Winter. Auch bei den touristischen Angeboten können wir viel voneinander lernen und uns mit Hilfe der Alpenkonvention austauschen und gemeinsam innovative Projekte entwickeln. Eines dieser Vorhaben ist zum Beispiel Youth Alpine Interrail, bei dem wir seit Jahren sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Hier unterstützen wir junge Menschen dabei, die Alpen nachhaltig zu bereisen. Ein weiteres, aktuell nur österreichisches Beispiel ist Bahn zum Berg, mit dem die öffentliche Anreise zu Wanderungen vereinfacht wird. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Projektpartner und Partnerinnen aus anderen Alpenstaaten dafür gewinnen könnten. Die Kombination öffentlicher Verkehr und Fahrrad ist ein Traumpaar. Und mir persönlich sehr wichtig, weil es das Beste aus beiden Welten vereint, mit dem klimafreundlichen schnellen Transport von A nach B mit den Öffis und die klimafreundliche Flächenerschließung für die erste und letzte Meile. Diese Kombination ist schon häufig möglich, gerade aber zu Stoßzeiten kommen wir an Kapazitätsgrenzen der Fahrradmitnahme im öffentlichen Verkehrsmittel. Radverleihsysteme und Digitalisierung bieten hier neue Lösungen und Geschäftsfelder, besonders für den Radtourismus. Ich bin sicher, auch bei diesem Thema können wir viel voneinander lernen. Ich möchte der Schweizer Präsidentschaft meinen Dank und Respekt für das ambitionierte Vorsitzprogramm aussprechen. Meine Vorfreude auf die Schwerpunkte Klima, nachhaltige Mobilität und Raumplanung habe ich bereits bei der 16. Tagung der Alpenkonferenz im Dezember ausgedrückt. Der Eventauftakt findet heute mit dieser virtuellen Tagung statt. Der nächste Höhepunkt ist ja schon in Vorbereitung, eine alpenweite Klimastunde am 5. Juni, dem internationalen Weltumwelttag, mit zahlreichen Events quer über den gesamten Alpenbogen verteilt. Ich wünsche Ihnen allen einen spannenden Tag, danke Ihnen für Ihr Engagement und freue mich auf die weitere hervorragende Zusammenarbeit im Rahmen der Alpenkonvention.